Das Baskenland, dieser kleine Flecken Erde mit dem spektakulären Bergschluchten der Pyrenäen bis hin zum stets sturmumtosten Golf von Biscaya, hat immer wieder Geschichte geschrieben. Schon die Römer wissen sich an deren Bewohnern die Zähne aus. Und Roland, der Legende nach Neffe Karls des Großen, hatte sich 778 im Kampf gegen die über weite Teile Spaniens herrschenden Mauren zwar tapfer geschlagen, doch an den Basken, deren Name abgeleitet ist von der römischen Bezeichnung der Altbasken als Vaskones, daran verzweifelte er. Ihren höchsteigenen Kampf lieferten die Basken auch dem Diktator Franco, der sie dafür hasste. An Krieg und Zerstörung im Spanischen Bürgerkrieg in Guernica, ebenfalls eine baskische Stadt, erinnert das berühmte gleichnamige Gemälde von Pablo Picasso. Der Kampf der ETA führte schließlich in ausweglose terroristische Einzelaktionen und 2018 zu ihrer Auflösung. Der Kampf um Autonomie und die Teilung des Baskenlandes in eine spanische und eine französische Hälfte bestimmen seine Geschichte, wobei es oft um die Einzigartigkeit der Landessprache ging. Noch in der Franco-Zeit, so berichten baskische Zeitzeugen, seien sie mit den Worten »sprich christlich« und einem Schlag mit dem Lineal auf die Finger bestraft worden, wenn sie baskisch sprachen. Nichtsdestotrotz verloren die Basken ihre nationale Identität nicht. Es dürfte schwer sein, einen Fußballfan zu finden, der die Geschichte des Vereins Athletic Bilbao nicht kennt. Der im Jahre 1898 von britischen Einwanderern gegründete Klub übt sich bis heute als einziger Fußballverein des Kontinents in ethnischer Autarkie. Zunächst spielten hier nur die Basken, doch im Laufe der Zeit ging der Verein zu einer Lockerung über. Mittlerweile verwendet Athletic Bilbao eine kombinierte Definition der Basken. Entweder wurde der Spieler im Baskenland geboren und oder von Jugend an dort trainiert. Oder er ist ethnischer Baske im Sinne von baskischen Vorfahren. Somit hätte hier die Legende des Eishockeys Valery Hralamov spielen dürfen. Seine baskische Mutter wurde nämlich im Spanischen Bürgerkrieg in die Sowjetunion gebracht. Der russische Film Legende Nummer 17 erzählt von seinem Leben. Naja und wer weiß, vielleicht hängt Hralamovs emotionsgeladenes Spiel mit seiner Herkunft zusammen. Ja und was fällt uns noch bei den Basken ein? Der Radsport, das Filmfestival von San Sebastian und die Baska als dekorative Halskrause. Dabei handelt es sich nicht um einen sprachlichen Zufall, sondern um ein traditionelles Detail der baskischen Tracht, das der Baske Balenciaga auf die Laufstege der Welt gebracht hat. Kaum ein anderer Hut versinnbildlicht das Baskenland deutlicher als die Baskenmütze. Von der alten französischen Provinz Béon aus verbreitete sich im 15. Jahrhundert das flache Wollkäppi. Bevor es zum Hype um die Kappe in Intellektuellen und Künstlerkreisen im 19. und 20. Jahrhundert kam, fand man sie auf Selbstporträts der holländischen Meister Vermeer und Rembrandt. Später wandelte sie sich zum Symbol der Revolution, wobei Che Guevara sie eher als Bekennung zu seinen baskischen Wurzeln trug. Denn der berühmte Argentinier entstammte einer baskisch-irischen Ehe. Das Baskenland verteilt sich auf zwei Staaten. Das spanische Baskenland umfasst die drei Provinzen der spanischen autonomen Gemeinschaft Baskenland. Zusätzlich wird je nach ideologischem Standpunkt auch die autonome Gemeinschaft Navarra ganz oder teilweise zum Baskenland gerechnet. Das französische Baskenland bildet den Westen des französischen Departements Pyrenée-Atlantique. Die Eigenbezeichnung der Basken ist Euskal-Dunac oder Euskal-Heritar. Dabei wird der Begriff Euskal-Dunac heute auch für ethnische Basken verwendet, die nicht Baskisch sprechen. Und darüber hinaus bezeichnet er auch ganz allgemein alle Menschen, die die baskische Sprachen erlernt haben, völlig unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort. Der Name Baske stammt vom lateinischen Vaskonis, ein Name, der ursprünglich auch für keltiberische Stämme benutzt wurde. Das Wort bedeutet wahrscheinlich Wald. Die Vorfahren der Basken waren also Menschen, die im Wald lebten. In Texten aus dem Römerreich werden die Stämme Vaskonis und Auisik erwähnt, letztere in Akitanien außerhalb des heutigen baskischen Sprachgebietes. Seit der Völkerwanderungszeit gehörten große Teile Galliens und des heutigen Spanien zum Westgotenreich, nicht aber das Baskenland und die Nordküste der iberischen Halbinsel. Ich bin beruflich und privat viel unterwegs. Dabei beantworte ich E-Mails, nutze Online-Banking und vieles mehr. Das Problem dabei ist, öffentliche WLAN-Netze sind nicht geschützt. Eine Lösung dafür bietet AtlasVPN, eine App, die eure IP-Adresse verbirgt und die Internetverbindung verschlüsselt, sodass Cyberspione auf eure Daten nicht zugreifen können. So habt ihr auch im Urlaub Zugang auf eure Lieblingswebseiten und könnt bei Online-Käufen Geld sparen, denn viele Webseiten passen ihre Preise an den Länderstandort an. Mit über 1000 Servern in 43 Ländern bietet AtlasVPN eine gute Auswahl. Dank des Multi-Hop-Verfahrens leitet es euren Datenverkehr über zwei TAN-Adressen und ist mit allen wichtigen Betriebssystemen sowie mit Smart- und Fire-TVs kompatibel. Ihr könnt unbegrenzt viele VPN-Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Die Surfgeschwindigkeit bleibt auf hohem Niveau. Klickt auf den folgenden Link, um einen Rabatt von 85% beim Dreijahresvertrag zu erhalten. Das sind 1,72 Euro pro Monat. Es gibt zudem drei Monate gratis, eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24-7-Zugang zum Kundensupport. Meldet euch also für AtlasVPN an. Als ab 711 die Mauren die Halbinsel eroberten und bis nach Poitiers vordrangen, gründete Karl der Große als Vorweltschutz des Frankenreiches die spanische Mark. Nun lavierten die Basken an der Grenze zweier Machtblöcke. Die Basken waren es diejenigen, die den karolingischen Markgrafen Roland im Hochteil von Ronkeswall besiegten. Karls Chronisten berichten, Später setzte man beim Schreiben des Rolandliedes über die Wahrheit sich hinweg und machte statt der Basken die muslimischen Mauren zu den Feinden. Im 6. und 8. Jahrhundert begann die Aufteilung der baskischen Territorien. Die Ländereien auf beiden Seiten der Pyrenäen gehörten zu verschiedenen Zeiten der englischen Krone, dem Herzogtum Akitanien, Frankreich oder Spanien. Nördlich und südlich der Pyrenäen, politisch geeint, waren die Basken nur einmal in ihrer Geschichte, nämlich zu Beginn des 11. Jahrhunderts unter König Sancho III. Den geografischen Gegebenheiten ihres Siedlungsgebietes entsprechend, betätigten sich die Basken in vorindustrieller Zeit als Bergbauern sowie als Fischer und Seefahrer. Und dabei gelangten sie bis zu den ergiebigen Fanggründen im hohen Norden und wirkten bei den Entdeckungsreisen und als Konquistadoren in Mittel- und Südamerika für die aufstrebende Kolonialmacht Spanien mit. Es ist kein Zufall, dass der Seefahrer Vasco de Gama ein Baske war. Und auch Kapitel Elcano, der die Expedition nach Magelans Tod leitete und als erster die Welt umsegelte, war ein Baske. Von der spanischen Krone erhielten die Basken Sonderrechte für die Selbstverwaltung, die Fueros. Diese wurden erst im 19. Jahrhundert abgeschafft. Unter den Rebuklanern wurde 1936 kurzzeitig eine autonome Region geschaffen. Nach dem Bürgerkrieg hob Franco diese Entscheidung auf. Die Autonomie wurde erst 1979 wiederhergestellt. Auch scheint es Ansätze zu geben, eine zum Christentum alternative, genuin baskische Religiosität zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt steht der Mythos einer von weisen Frauen regierten Gesellschaft, die im Einklang mit der Natur lebte und eine Muttergottheit anbetete, deren Kultur und Wissen aber von einer patriarchalischen und christlichen Gesellschaft zerstört wurde. Insbesondere die Feststellung, dass in der vorchristlichen, baskischen Religion die oberste göttliche Gestalt einer Göttin, Mari, war, öffnet Spekulationen über eine ursprünglich patriarchalische Gesellschaftsform des Baskenlandes in grauer Vorzeit. Wie aus ihren Namen schon zu erkennen ist, hat sie auch eine starke Verbindung zum Meer, Spanisch Mar, Französisch Mer und erscheint als Meermutter mit einer blauen Robe und einem Perlendiadem. Als Göttin des gesamten Landes wohnt Mari im Erdinnern und von dort aus steigt Mari an die Erdoberfläche und beschützt das Land. Für Historiker, Sprachwissenschaftler und Paläogenetiker hat unter allen Volkstämmen Europas das kleine Volk der Basken einen besonders schillernden Ruf. Niemand weiß, warum es derart anders ist als andere. Offenbar handelt es sich um eine Reliktgruppe von Ureuropäern, die übrig blieb, während der Rest des Kontinents von frischen Einwanderern besiedelt wurde. Fraglich war aber bisher, von welchen Menschen die urbaskische Linie einst ausging. Waren es altsteinzeitliche Jäger oder womöglich Abkömmlinge der ersten Bauern Europas aus dem beginnenden Neolithikum? Tatsächlich stimmten die typischen baskischen Gensignaturen mit denen von Menschen überein, die vor etwa dreieinhalb bis fünfeinhalb tausend Jahren auf dem Gebiet des heutigen Katalonien gelebt hatten. Ihre Überreste waren dort in der El-Portalon-Höhle konserviert worden. Diese Altibera stammten in direkter Linie von den frühen Farmern ab, die vor gut 8000 Jahre im Zuge der Neolithischen Revolution die Landwirtschaft aus dem Nahen Osten über das Donaubecken nach ganz Südeuropa mitgebracht hatten. Die Neolithiker mit ihrer neuen Technik hatten dann über Jahrtausende hinweg umwälzenden Erfolg und verdrängten die frühen Wildbeuterkulturen der europäischen Altsteinzeit in die Randgebiete des Kontinents. Dann aber verschwanden sie allmählich und wurden durch neue Gene und Menschen ersetzt. Die Basken scheinen jedenfalls eine der übrig gebliebenen Gruppen der frühen Farmer zu sein, die direkt von den westeuropäischen Jungsteinzeitmenschen abstammen. Die häufigste H-Blo-Gruppe bei den Basken ist R1b, 88%, zum Vergleich in Wales 89% und in Irland 81%. DNA-Tests an Walisern, Iren und Basken belegen, dass sie eine Y-Chromosom-Gemeinschaft bilden. Die H-Blo-Gruppe R1b hat sich wahrscheinlich während der Jungpaleolytik vor etwa 25.000 Jahren von R1a abgespalten. Der wahrscheinlichste Ort war Zentralasien, rund um das heute Kaspische Meer, das erst nach der letzten Eiszeit zu einem Meer wurde, als die Eiskappen über Westrussland schmolzen. Nach der Entstehung des Kaspischen Meeres landeten diese nomadischen Jäger und Sammler auf der grüneren und reicheren kaukaso-anatolischen Seite des Kaspischen Meeres, wo sie, vielleicht, lokale Tiere wie Kühe, Schweine, Ziege und Schafe domestiziert haben. Ab 3.500 v. Chr. wanderte die überwiegende Mehrheit der R1b westlich entlang der Schwarzmeerküste zum metallreichen Balkan, wo sie sich mit den Bewohnern des alten Europa vermischten. Die archäologischen Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass diese anhaltende Invasionsserie äußerst gewalttätig war und zur vollständigen Zerstörung der bis dahin blühenden Zivilisationen auf dem Balkan und in den Karpaten führte. Die R1b-Eindringlinge nahmen Frauen aus der Region als Ehefrauen und Konkubinen mit, wodurch eine neue, gemischte Ethnie entstand. Nach fast einem Jahrtausend im Donaubecken setzten sich ihre Expansionen nach Westen, nach Westeuropa, fort, ab 2.500 v. Chr. Das war nur ein kurzer Exkurs zur R1b. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Es sei angemerkt, dass den Valisern und Iren jene baskische Blutgruppe fehlt, die ja immer als Teil ihrer Besonderheit angeführt wird. 25% der Basken haben einen negativen Resusfaktor, der bei den anderen Europäern nur zu 16% vorkommt. Die mütterliche DNA ist hier nicht ausschlappgebend, da nahezu alle Einwanderer sich zu allen Zeiten mit den einheimischen iberischen Frauen, H-Plugruppen H, HV und V, vermischten, die zweifellos aus einer paleolithischen Quelle standen. Wenn man damit die baskische paleolithische Herkunft belegen will, würde das für ganz Europa gelten, denn diese mütterliche H-Plugruppe H hat sich in der Vergangenheit über ganz Europa verbreitet. Die Basken sind nicht das älteste Volk Europas, sondern das älteste, noch lebende Volk Europas. Euskara, so die Eigenbezeichnung, die ebenfalls die älteste und heute einzige noch existierende isolierte Sprache in ganz Europa ist. Sie ist weder indoeuropäischen Ursprungs, wie etwa Latein, Deutsch oder Spanisch, noch Uralisch, wie etwa Finnisch oder Ungarisch, noch Semitisch, wie etwa Arabisch oder Hebräisch. Baskisch unterscheidet sich auch vollkommen von den anderen europäischen Sprachen mit seinem komplizierten Verbalsystem samt einer polypersonalen Flexion, zehn einzigartigen Diphtongen im Alphabet und einem Vigesimalsystem, einem Zwanziger-System bei den Zahlen, das offenbar auch ins Französische eingesickert ist, mit zum Beispiel Quatre-Vern-Di für 90. Der umfangreiche, originäre Wortschatz des Baskischen hat die Zeiten überdauert. Auch wenn der erste gedruckte baskische Text erst 1545 erschienen ist, lassen baskische Eigen- und Götternamen in Inschriften und auf Grabstein aus römischer Zeit vermuten, dass das Altbaskische noch viel älter ist und schon bestand, als vor etwa 3000 Jahren indoeuropäische Sprachen in Europa zu dominieren begannen. Aber warum ist Baskisch nicht wie die iberischen oder etruskischen Sprachen unter römischem Einfluss verschwunden? Der Grund dafür liegt in der Isolation der Basken, deren Vorfahren weit entfernt von den Kriegen in Europa lebten. Und der Prozess der Romanisierung fand hier nicht in vollem Umfang statt und kam, nach dem Untergang des Römischen Reiches, ganz zum Erliegen. Das baskische Gebiet war von Migrationsprozessen nicht betroffen. Sie fanden in der Bronzezeit statt, als Viehzüchter aus dem östlichen Randgebiet des Kontinents in großer Zahl in den westlichen Tal Europas zogen. Dies führte zur Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen, wobei die nördlichen und zentralen Regionen Europas stärker betroffen waren als die südlichen. Eine weitere Migrationswelle, die die Basken von ihren Nachbarn trennte, begann im 8. Jahrhundert, als ein Heer aus Nordafrika auf die iberische Halbinsel eindrang, was in der mehr als 700 Jahre währenden muslimischen Eroberung Spaniens gipfelte. Repräsentieren also die heutigen Basken den letzten Rest der ersten Europäer? Dafür spricht, dass sich das Genom der Basken deutlich von dem ihrer Nachbarn unterscheidet. Jedoch sind im Erbgut der übrigen Europäer durchaus baskische Sequenzen nachweisbar. Möglicherweise deutet das darauf hin, dass es sich bei ihnen um eine sehr alte Bevölkerung handelt, während die angrenzenden Bevölkerungsgruppen später zugewandert sind. Ob es einmal eine einheitliche Sprache gab, die sich über ganz Europa bis zum Kaukasus erstreckte, ist eine Hypothese, die vom Sprachwissenschaftler Theo Fennemann verfochten wird. Er behauptet, dass es vor Einbruch der Indoeuropäer eine vaskonische Sprachfamilie in Europa gab, deren Rest das baskische ist. Er untersuchte die Gewässernamen in Europa und stellte die häufige Übereinstimmung mit baskischen Sprachwurzeln von der Saale bis zum Arno fest. Die Namen blieben auch als eine indoeuropäische Invasion aus Asien, die bis dahin existierende vaskonische Urbevölkerung hinwegfegte. Damit soll nicht gesagt sein, dass vor 10.000 Jahren bereits Basken Südfrankreich und Teile Spaniens besiedelten. Vielmehr gab es in Westeuropa eine altansässige Bevölkerung, die von dem seit dem dritten Jahrtausend vor Christus vordringenden Indoeuropäern überschichtet und assimiliert wurde, bis auf ein immer mehr schrumpfendes Restgebiet, wo die gleichfalls vor indoeuropäischen Ibera saßen, die später mit den Kelten zum neuen Volk der Keltibera verschmolzen. Aus diesem Kontinuum gliederten sich die Basken als eigenständige Volksgruppe aus. Die altbaskische Sprache ist seit dem 2. Jahrhundert vor Christus bezeugt, sodass die Entstehung eines baskischen Volkes davor anzusetzen ist. Die andere Hypothese geht von alten Beziehungen zur Kaukasusregion aus. Die erste sinokaukasische Theorie wurde von dem Linguisten Sergej Starostin aufgestellt. Seiner Meinung nach ist Baskisch mit den Aprasisch-Agydischen und den Nachisch-Dagestanischen Sprachen verwandt. Sie verwenden auch das 20-Dezimal-Zahlensystem. Im Aprasischen ist zum Beispiel die Zahl 40 2 mal 20 und bei 50 sagt man 2 mal 20 und 10. Die andere kaukasische Theorie ist die katwelische. Die alten Namen von Spanien und Georgien sind Iberia und Iveria. Das Georgische verwendet ebenfalls das 20-stellige Zahlensystem. Das baskische Wort Euskada kommt von Enau Sprechen. Im Georgischen heißt die Sprache Ena. Grundsätzlich ist der Kaukasus mit seinen vielen Sprachen durchaus ein guter Kandidat für derartige Thesen, die sich nicht nur auf Baskisch beschränken. Dass man Herkunftsgebiete für diese isolierte Sprache sucht, ist natürlich. Allerdings ist keine Einwanderung belegbar, die irgendwie auf den Kaukasus hindeutet. Die frühe Besiedlung des Baskenlandes steht im Zusammenhang mit der Migration von Vertretern des modernen Menschen in Gebiete Westeuropas. Die Neandertaler wurden verdrängt oder assimilierten sich. Im Laufe eines langernauenden ethnischen und sprachlich-kulturellen Fusionsprozesses alter Populationen ist es zur Ausbildung der Basken und ihrer Sprache gekommen. Das aus römischer Zeit bekannte Aquitanisch ist entweder eine Schwestersprache des Baskischen oder dessen entwicklungsmäßige Vorstufe. Eine andere Hypothese, die nicht unbedingt im Gegensatz zur Annahme einer kaukasischen Herkunft steht, sondern diese um eine jüngere historische Komponente ergänzt, ist sehr umstritten. Es sind immer wieder Vermutungen über Beziehungen zwischen dem Baskischen und dem Iberischen der vorrömischen Sprache Spaniens angestellt worden, die durch zahlreiche Inschriften bekannt ist. Einige Forscher sehen im Iberischen die Basissprache, aus der das Baskische entstanden ist. Andere betrachten Baskisch und Iberisch als Schwestersprachen, die sich von einer gemeinsamen, unbekannten Grundsprache herleiten. Wilhelm von Humboldt zufolge, dem Mitbegründer der vergleichenden Sprachwissenschaft, soll eine nie enträtselte iberische Ursprache das Baskische beeinflusst haben. Die Hypothese von einer baskisch-iberischen Verwandtschaft hat sich aber bisher nicht erhärten lassen. Auf jeden Fall nimmt die Forschung vielfach ein hohes Alter der baskischen Sprache an, was allein schon durch ihre isolierte Stellung begründet ist. Allerdings ist es Unfug, im paläolithischen Menschen Südeuropas bereits Basken zu vermuten. Es handelt sich, falls eine diesbezügliche Hypothese zutrifft, lediglich um weit entfernte Vorfahren, aus denen sich erst viel später Völker und Sprachen ausgliederten. Es gibt noch eine weitere These. So wäre es durchaus möglich, dass das baskische afrikanische Wurzeln hat, wie einige Forscher in Ansehung gewisser Verwandtschaften zu Berber und Songhai Sprachen behaupten. Demnach stammt baskisch von einer den Dogon ähnlichen Sprache ab. Die Dogon sind eine afrikanische Volksgruppe, die in Westafrika im Osten von Mali lebt und ursprünglich aus dem Nordwesten von Burkina Faso stammt. Aufgrund linguistischer Studien hat man bei über 2200 Wörtern aus beiden Sprachen eine Ähnlichkeit von 70 Prozent festgestellt. Die Erklärung dafür? Phönizier haben einige Afrikaner nach Europa gebracht. Da die baskische Sprache seit 2000 Jahren den Einflüssen der sie umgebenden indoeuropäischen Sprachen unterlag, muss sie sich zwangsläufig von ihrem Ursprung entfernt haben, insbesondere, da sie offensichtlich jeglichen Kontakt zu ihrer Ursprungsregion verloren hat. Die meisten Thesen über die Herkunft der Basken sind auf jeden Fall reich an nicht beweisbarer Fantasie, so der Forscher Michael Mayer-Brücker. Aber ein bisschen Fantasie muss sein, befand Bertolt Brecht, als er 1929 seinen Bilbao-Song dichtete und eine pralle Welt der vergnügensfreudigen Basken heraufbeschwor. Bills Ballhaus in Bilbao war das schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne und was die Welt ihr Eigen nennt. Jegliche Archäologie der Sprachen und ihrer Entstehung stößt allerdings sowieso an ihre Grenzen, wenn sie sich mit der Urzeit des Menschen beschäftigt. Aber ist es nicht eine schöne Vorstellung, dass die ersten Europäer Basken waren, die in ihrem kleinen Restgebiet sowie das Asterixdorf den Römern bis heute der Indoeuropäischen Invasion trotzten? Oder um es im Baskisch zu sagen, Baskisch ist so alt wie die Berge.